So, lassen wir jetzt schon Platz finden. Ich muss mal ein bisschen mühen hier. Ich habe der letzte Sleeve Booster, den ich für heute aufmache. Ihr wisst, dass ich ein Vorproduzierer bin, ansonsten würde mich das Real Life erschlagen, wenn ich jeden Tag einen Booster aufmachen würde. Das ist so krass mit dem Müll. Und wieder, das ist so gut. Das ist so super. Das ist so witzig. Keine Ahnung noch rum. Keine Ahnung. Ich mache hier quasi Silberne Päckchen auf. So cool. Und Silberne Päckchen bringt jetzt bestimmt auch Glück. Ich habe hier was gestern falsch geordnet. Das muss ich mal noch rumlegen. Wir haben ein Diesel, ein Small Life. Wir haben keinen Fokus. Jetzt haben wir Fokus, oder? Ich komme mal höher. Lapras. Upsala. Masquerade, Mr. Trump, Lungkiefer, Barboot und Togekiss. Ah, wisst ihr was, ich mache noch einen Pust auf. Ich würde gerne den heutigen Tag mit einem Hit ausklingen lassen. Wir machen noch ein Obsidian Flames Bluff da auf. Da ist die Chance meiner Meinung nach größer als Perfussionsangriff. Und dann muss ich jetzt mal Müll wegrollen. Geh auf Arbeit. So, hier mein Froakie. Was mega cute ist. Wisst ihr alle. Wolfix. Standthumb. Ein Wooper. Flamingo. 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 Da wäre ich mal auf den Weg noch ein Deck zusammenzustellen. Bronzer. Birchig. Camerupt. Hoin Cologne. Wir ziehen es wieder durch. Wir machen jetzt so lange Pust auf. Ist nicht dabei. Hauptsache, wir machen jetzt nicht alles die Pust auf, weil die Jungs immer nicht dabei ist. Das wäre schade. Aber wenn man die Möglichkeit hat. Oh Gott, ich brauche mal, dass man mit einem Hit rausgeht. Und den haben wir jetzt bestimmt. Electric. Lavita. Ich habe noch wieder was. Tut mir leid, aber ich habe irgendwie hier was verhärt. In meinem Ordnungssystem. Popita. Torgetic. Ninetales. Und ich möchte dich ziehen. Bitte. Tichlo. Bongsley und. Toxtricity. Boah, das wird jetzt wieder kein gutes Video werden. Also brauchen wir jetzt ein Mega-Hit. Ansonsten ging ich Sleeve-Booster doch schneller als ich dachte. Bitte, bitte, bitte. Wenn man sich anschaut, dann sieht es so aus, als wäre so ein Chaos-Krieber. Bin ich doch nicht. So. Nämlich Biesel. Small-Lift. Mein Bulk-Turm hier links, den ich noch ordnen muss. Der fliegt fast rum. Texo, Exifro, Tiotto. Eboli, sehr schön. Und. Doxel. Kann man aber doch keinen Fokus mehr machen. Und. Ein NT, das gibt es doch nicht. Oh Gott. Ein Mann, ein Wort. Ein Mann, ein Wort. Es geht weiter. Ei, 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 ei. Boah, bitte. Schaut das Video ca. 1000 Mal an. Ich brauche die Watchtime. Um mit YouTube mein Geld zu verdienen. Beziehungsweise meine Sleeves und so zu bezahlen. Das wäre ein gutes Video dafür. Können mich ja stumm schalten. Ich brauche mich nicht reden hören. Und dabei können wir den Abwasch machen oder was anderes. Lapras, Masquerade, Gumshoes, Foundroom. Fraces. Und bitte, 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 bitte. U.S. Sherox. Oh mein Gott. Mein Gott. Ich mach mal kurz meinen Hits hier. Die fallen gleich um. Ich mach jetzt nochmal. Vielleicht. Ich muss den Müll wegnehmen. Das wird fein. Nehm den Müll wegnehmen. Meine Hände sind für einen unordentlichen Arbeitsplatz. Offensive gemacht. Ich geh jetzt hier auf Full Trider. Ich bin noch ein Stück aus meiner Feuer Pokémon Passung. Wir machen jetzt ein ganz klinges Opening. Krass. Und jetzt hallo an alle, die bisher jetzt gibt es haben, weil die natürlich wissen, dass ich nach dem letzten Packer die Aufnahme beende. Wir haben aufgeräumt, wir haben einen Schluck Feuerwasser getrunken. Welchen stehen echt gut. Und wir haben wieder Fokus. Myraplum. Finison. Hört ihr? Kamerut. Lapras. Komm schon. Masquerain. Hoxtricity. Bellyboard. Yes. Nehmen wir mit. Fokus. Und einmal Retouchi-Liepeppers. Aber wir haben den Hit. Sehr schön. Vielen Dank fürs Dabeisein. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Macht's schön gut. Wo ist die Maus hier? Macht's schön gut. Ciao. Ciao. . . . .